Willkommen zurück zu League of Legends. Nächstes Upset heute zusammen mit Laura Chateau, Rumatra und dem lieben Silas. Und ich spiele Oriana. Natürlich in der Mitte. Wo denn auch sonst? Und natürlich wieder mal gegen den Asien. Den sieht man ja in letzter Zeit echt selten. Zum Glück. Vielleicht bin ich am überlegen, wie ich ein Skiller gegen Asien sind. Da chillt er, man könnte es spielen, aber ich glaube schon. Oh, spielst du wieder Hedwig? Ey, da ist es gar nicht Hedwig. Hedwig? Wo ist denn Hedwig, Chateau? Das ist Hedwig aus der Asche. Ne, das ist ja der Phönix. Das ist kein Hedwig. Es gibt auch einen Phönix bei Harry Potter. Ja, aber das ist... Harry Potter? Scheiße, Mann! Chateau? Oh, du machst dich damit unbeliebt bei Laura. Mit Harry Potter. Nee, genau, mit Harry Potter nicht so geil. Chateau? Mann, Harry Potter ist richtig cool, yeah. Genau. Geht's ja, Laura. Und du sollst hier anfangen. Ach, echt? Ja. Okay. Warte, spielst du... Und den großen Zweiten direkt. Ups, verdammt. Ja, okay, ich... Wann hast du das letzte Mal LOL gespielt? Wie lange? Gar nicht so lange. Den großen direkt Zweiten. Nice, okay, getan. Danke. Ja, ich habe ewig lange nicht mehr gespielt. Vor allem Schangeln nicht mehr. Was heißt denn ewig lange? Zwei Tage? Ne, ist schon länger. Drei. Wo gehe ich jetzt denn? Mache ich jetzt Redfast? Ja, Red. Wett. Okay. Das wird bestimmt richtig gut. Das wird bestimmt richtig gut. Du konntest doch auch vorher keinen Jungle spielen, oder? Ja, stimmt. Boah, liebt es. Wie Laura, da kommst du mit den Seitenheben. Ja, wenn ich nachher mal ein Insects raushau, dann... Das höre ich auch immer von jemand anderem. Ich bin mir nicht sicher, wer das ist, aber der verkackt dann auch immer alles. Von wem? Der ist auch in Counter-Strike richtig gut. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß auch, wer es ist. Das ist ein Rätsel, Wieland. Kannst du das herausfinden? Nein, Wieland. Nein, Wieland. Nein, Wieland. Nein, Wieland. Ja, das ist so nervig. Ich glaube, einfach defensiv wahrscheinlich. Welches Jungle-Item ist denn das Gute? Blau oder Lila? Ja. Ich würde dich empfehlen Lila, wenn du noch nie gejungelt hast in dem Patch. Dann das Weiße. Dann definitiv das Weiße. Verdammt. Das habe ich einfach falsch. Ich habe jetzt mal das Rote gekauft. Ich habe gedacht, Rot sieht so mächtig aus. Muss gut sein. So, mit Lila ist das glaube ich nicht so gut. Ernsthaft, du hast jetzt einfach das Rote gekauft? Ach Gott. Weißt du, du fragst nach und wir sagen dir Blau oder? Das ist doch auch echt ein Troll, oder? Ich meine, du machst das absichtlich. Ich hatte es ja schon gekauft. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, vorher zu fragen. So, ich denke jetzt mal Top-Lane easy. Der ist tot, der hat keinen Sauna-Age mehr. Der in der Mitte. Nee, nee, nee. Baut leid. Hallo, Rache. Oh, warte. Den Nasir kann man bestimmt auch easy ganken, oder? Ja. Können wir versuchen, aber ich kann den baiten. Ich habe noch Barrier. Nein. Okay, doch. Ja, sorry. Der hat mir weggesprungen. Ja, ja. Ich konnte es dir nicht lassen. Na, Robert, dem noch nie im Game dann melden, ne? Für Q-Stealing. Ich hatte auch die Erste, das war meiner. Und die Zweite, das konnte ich nicht. Ich weiß halt nicht, dass ich da jetzt rüberkommen soll. Ja, gut. Der hat geflasht. Muss ich dann nochmal rein, oder den kommst du? Ich entkomme, glaube ich. Nein, oh fuck. Der hat geflasht. Kann ich den gewinnen? Nein, der killt dich. Hätte ich das gewusst, Vyland. Ey. Was hast du denn die ganzen Tage gemacht, Alter? Du hast ja immer gezockt. Nein, ich habe einfach gechillt und mein... Was? Ja. Ich hör doch auf zu lügen. Ich habe dich doch gesehen, du war bei Steam. Du warst ja immer online. Hast du immer gezockt. Ja, Steam. Aber Steam ist... Ganz oft. Ohhhh... Hefig! Ja, wir carry'n das. Hartfugel. Keine Sorge. Sobald ich jetzt sechs bin, kick ich Leute über die ganze Map. Das ist echt so krank, ne? Loll. Man merkt richtig, wenn man einfach eine Woche oder so nicht gespielt hat. Ja, ja. Das ist so schlimm. Bist einfach so schlecht, ey. Ich bin richtig mies. Ich glaube, wenn man Champions spielt, die man sonst immer spielt, geht's einigermaßen. Aber wenn du da mal was ganz Neues zockst, dann ist es echt immer so richtig... Weil, ne, fühlt sich richtig eklig an. Ranking habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Da wird OGN verdammt ausgepackt. Keine Ahnung, OGN verfolge ich nicht. Mir geht dann auf den Sack, dass man da bezahlen muss, um eine ordentliche Qualität zu bekommen. Und selbst die ist noch nicht mal gut. Vor allem, selbst wenn du nur das VOD sehen möchtest. Einfach, und das aufgezeichnete Spiel nach dem, das kannst du ja auch nicht anschauen, ohne zu bezahlen. Das ist so dämlich. Das ist einfach übelste Geldmacherei. Weiß ich nicht, das ist totale Verarsche. Da zieht das auch noch ein Unterstützen, ne? Das ist so ein Witz, ey. Genau, weil mein Smite-Cool dann ist irgendwie bug. Wieso? Weil, die Zeit geht nochmal runter, aber ich sehe diesen, dieses Ding nicht, diese Uhrzeit, diese Abläufe sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wer hat an der Uhr gedreht? Das muss der Shantau gewesen sein. Oben ist der Rek'Sai. Ja. Oh, alter, ey. Ach, näher. Ich glaube, Rek'Sai kommt mit. Na, ich glaube auch. Oh, auf die Augenwelle. Und da killt er eben. Nice. Dieser Shantau, so Challenger. Danke, Mann. Das bedeutet mir viel. Ich komm jetzt nochmal, ich weiß nicht. Der hat seine Wurz. Na, schade. Egal. Kann man eigentlich ganz gut ganken, den Typ. Ja, ja. Der hat halt, außer seiner Ulti, eigentlich kein gescheiten Escape-Spell. Na doch, er kann schon weg, aber... Ja, wenn der halt seine, seine, seine Kriege offensiv stehen hat, dann... Ja, dann nicht. Das rote noch mal verkaufen, um das Ding jetzt, das andere zu kaufen, sonst ich das... Ja, das mach ich jetzt. Ich glaube, da kommt rote, oder? Ich? Wohin sollte der kommen? Ist doch nix. Und aus... Was baue ich dann aus dem? Was mit Attack-Damage? Was mit Attack-Damage? Am besten das mit Attack-Damage und, äh, Amor-Pen. Also du bohrst jetzt einen Brutalizer einfach. Achso, okay. Ja, nice. Nice, nice. Mitte Smith, passt mal auf, Bot. Hätte ich gar nicht so gedacht hab, diese, diese 120 Huts, die merken wir noch voll bei League of Legends. Einfach, dass das Spiel ein bisschen flüssiger läuft. Ja. Das ist, weil du daran nicht gewöhnt bist. Ja. Der ist wirklich hier. Der ist wirklich hier. Oh, Laura. Laura ist tot. Ne, Laura ist nicht tot. Doch, Laura ist tot. Ich glaube, Laura ist tot. Doch, ich kann, ich weiß nicht, wenn er nur noch irgendjemand ist. Ich bin gespielt. Kacke. Vielleicht kann ich den sneaken, wenn der jetzt pusht und übertreibt. Kann ich jetzt schon Gegner smiten? Ich bin dem, Alter. Mit dem Lelan kannst du nicht Gegner smiten. Alter, diese Combo so gut. Da sieht man einfach wieder, dass ich voll der Tone nehmen bin. Alter. Boah, Alter. Und dann ist das auch so, dass den jeder auspackt. Ey, das ist wie so eine Seuche. Das ist richtig schlimm. Jeder packt Asir aus, ey. Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Weil ja, eigentlich hat man ja, also am Anfang, als der hier rauskam, der Champion fand ich zumindest, dass der übel schwierig zu spielen war. Oh, Gott. Den Blubach brauchst du mir auf jeden Fall nicht geben. Okay. Macht keinen Sinn. Der killt mich sowieso immer wieder. Da hat man der Ulti auch voll daneben gehämmert, ey. Ich hab jetzt also der Dingens hier, die sieben und so. Sechs, meine ich. Kann ich mal probieren, vielleicht was Gescheites zu reißen. Ich hab meine Gangster an, der ist jetzt nicht so on point. Rekzai ist hier. Können wir den killen? Ja. Einmal Reneckon. Ich bin botlin. Oh. Nein, lass, lass, lass. Ich komm auch mal runter. Was war das, der Teleport? Du bist ja nicht bei ihm verloren, ey. Kannst du? Genau vorne hier. Du schon vielleicht? Ich bin gleich da. Vielleicht könnt ihr den sogar reinbaten. Äh, ich geh auf den Thresh. Der wird flashen. Alter. Mitte war Azir, der hat keinen Smite mehr. Soll ich noch reingehen oder hinterher? Äh, Mitte war Rekzai, meine ich, entschuldigung. Nicht Azir. Das war jetzt echt ein bisschen verwirrend, der Call. Ich bin mega schrocken. Wir können reingehen. Oder wieder einfach weg springen. Super geile Ultimate von mir. Wieder mal einfach irgendwo hin. Wollen wir Dragon machen? Ja. Ja, müssen wir eigentlich machen. Dieser Chantau. Immer diese. Ah, die Seif bin da nicht getroffen. Zack. Auf den Boden geschlagen. Danke, Wieland. Lässt mir nicht mal die 35 ult. Danke. Sorry. Wir machen den Turm in der Mitte dafür, ne? Und danach machen wir die dafür. Und danach machen wir auch den Turm in der Mitte. Ah, okay. Ja, stimmt. Ich hab keine Ult mehr. Ich hab noch Ulti. Ich weiß nicht. Ich glaub schon, dass wir die killen können. Die sind schon längst nach oben abgehauen. Da ist auf jeden Fall eine Ward, wo wir langgelaufen sind. Die machen die Pink. Ja, okay. Die Boot. Meine Pink war einmal. Da kann ich nichts machen. Oh. Da sind vier Leute gleich, ne? Ja, ja. Geht mal lieber back da. Da war da komplett alleine. Sehr gar nicht so, weil ich echt nie weiß, wie man gegen den Champions spielen soll. Das ist so nervig, ne? Mit einfach quitten und den reporten. Ja, mach ich auch. Gibt's da irgendwelche Ticks? Gibt's da irgendwas? Ne, ne? Der Champion hat kein Counterplay, oder? Das ist so nervig, Alter. Also, ich glaub, wenn du so hast, die Settel oder so spielst, kannst du nur... Ach, nee. Der hol dich weg, Alter. Der hol dich direkt am Anfang holt er dich weg schon. Du kommst noch nicht mal ein ordentliches Level. Da hat er dich schon direkt down gebürstet. Und selbst wenn du Level hast, wenn du deine Ult machst, macht er einfach die Mauer. Ja, der Typ ist ja Ultrasquishy. Vorsicht unten. Der Settel auch. Und du glaubst nicht, wie viel Schaden der Champion macht. Dann ist ja das Schlimmer daran. Ja, das Ding ist, selbst wenn Settel ihn ultet und der Asi einfach Exhaust dabei hat, dann ist Settin total useless. Ja. Das ist einfach... Der wird einfach Exhaustet und dann, ja. Viel Spaß. Genau. Wenn du den Exhaust nicht hast, machst du halt einfach die Wall. Ja, oder so. Ja, gut. Ich mein, ich bin jetzt auch nicht gerade der weltbeste Ori-Spieler, aber trotzdem. Alter, ich krieg ja einfach einen Free-Orakel. Haha, das Spiel ist immer geil geworden. Nein. Ich geh mal Botlane, komm, wir killen die jetzt. Aber warte doch bitte um mich. Die wissen's, die wissen's. Du musst da schnell reingehen mit voller Rodas. Aktiviert sich das Orakel einfach von alleine, wenn ich neben dem Ward laufe, oder was? Ja. Nice. Na, ist aber nur kurz dann. Danach... Und die Wards verschwinden auch sofort. Sobald du... In Sekunden, oder? Ja. Die verschwinden sofort, sobald du... Alter, nicht mehr hast. Also, es ist nicht so, dass du noch eine Sekunde danach draufhauen kannst, oder so. Geht bei Silas. Kommst du klar einigermaßen? Ja, es geht. Aber schwer gegen Renne. Ich mein, ich farm tue ich echt besser eigentlich als hier. Oh, ich bin auch da, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich finde halt ein Move, deswegen... Oh, ich war noch rückschrauset. Nein, kacke. Gut. Können wir den killen? Glaubst du? Nein. Aber der sieht so... Kein Mana, ich führ grad in den Pott rein, aber... Ich weiß nicht, der sieht so squishy aus. Der ist aber nicht. Guck mal, seine Tipps an der hat schon... Wenn du fehlst, können wir raufkillen und dann lehrst du drauf. Also hier kommt Bott. Nein. Nein. Oder auch nicht. Ich sag, ich würd echt übel gerne... Der will jetzt meinen Dingsflip machen, ne? Kann man noch kaufen, oder? Wir sehen da Steinen auf Dingens. Jaja. Nein. Das ist auch so, das ist auch so krass, ne? Das ist auch so krass. Ich glaube, der Champion ist auch nur so broken momentan, weil der... Weil Morello Nombikon so OP ist. Weil das Item gibt ihm ja nochmal zusätzliche Stats, weil es ja cool ist. Der profitiert halt unnormals davon. Ich mein, das Item kostet 2.100 Gold und bringt einem Stats, ne? Die echt abartig sind. Darf man echt nicht vergessen, ne? Lol, Schanau. Lol. Dabei geschlichen und jemanden gekillt. Ich kann nämlich dem 1 gegen 1 nehmen, oder? Das ist ja ne. Ne, kannst du vergessen, der haut dich weg. Der ist erst mal der 2 Level über dir und der klatsche hier auch sowieso weg, weil du hast 1.300 Leben, du hast keine Resis, gar nichts. Kannst nicht viel machen gegen den. Hm. Hm. Aber ich farm ganz gut. Von daher geht's. Was ist das? Ich glaube, das ist dann... Der Blue-Buff? Oh, ja. Den kriegt... oder? Der ist weg. Den kriegt der nicht. Den kriegt der nicht. Ah, ich hab gedacht, der Rek'Sai wäre auch da. Ist mir das. Sehr gut, jetzt hab ich Blue. Der hat mir Zeit gespart. Ich hab wieder Ulti, ja? Ah ja, sorry, sorry. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Instinkt, wenn ich... Komm dann nicht rüber, scheiße. Pass auf, Mitte ist miss, Mitte ist miss, ne? Die Rek'Sai auch, die kommen dann. Ah, ich bin weg. Ui, Hed wie Flea. Das ist kein Hed wie Flea. Das ist kein Hed wie Flea. Hed wie Flea. Ich komm auch. Hat der Phönix von Harry Potter einen besonderen Namen? Ja, Horvix oder so heißt der. Was, wie? Ja, so spreche ich ihn aus. Horx oder so. Ey, Laura spricht ja eh alles anders aus. Ich spreche Sachen immer so, wie ich lese. Ich hab auch früher immer dummle Druche gesagt. Dummle Druche. Ich dachte, du bist Harry Potter Fan. Kannst du nicht mal die Namen richtig ausspielen? Ich war, ich war elf. Du warst mit elf noch kein Fan? Hast du auch die Bücher per Nacht so bekommen? Du bist aber kein wahrer Fan. Alter, diese Predictions. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab einfach ausgerechnet, wie schnell der hier langläuft. Dann hab ich ihn getroffen. Hat mir zwar nichts gebracht, aber ich hab ihn getroffen. Wow. Wow. Komm auch rein in die Mitte. Ist ja voll langweilig gewesen. Wie? Okay. Haha. Perfectly baiten. Ich hab mir schon gedacht, dass er mich sieht. Der kleine Knecht, ey. Ich glaub Top-Land kommt. Oh, auf den Rauf. Ja. Oh. Easy kill. Oh, ich wollte es noch schilden. Ich hab nicht gedacht, dass der Turm noch hinten durchkam, ey. Fuck. Einer Krokodil-Router. Chantal. Hui. So, ich bin auch gleich da. Wo ist der Typ? Alter, dieser Parry. Red. 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 Ich bin schon online. Ah. Weg mit dir. Sehr gut, V-Lance. Komm. Renn. Und jetzt geh ich noch mal rein. Wenn der Q lands. Wenn der Q lands. Zack. Rein da. Lol. Ah. Ich hab gedacht, ich kann den Gegner smiten. Da war doch irgendwas. Nee, jetzt kannst du nur, wenn du das Bau-Item hast. Oh Mann. Aber das war schon close. Der Gedanke zählt. Barrier einfach gedrückt. Nice. Einfach mal die Barrier anziehen. Das macht Sinn. Fuller Daily Sin wird auch noch in der Pro-Team gespielt, gell? Das ist gut, wenn ich so baue. Nein, geh bitte Tanki. Bitte, V-Lance. Bitte quälen ist unsere Häupt da. Auf Asi, wir können. Auf Asi, wir können. Nein. Nein. Chantal. Äh. Oh, der. Na. Na, ich komm jetzt mal. Da bin ich, man. Oh nein. Wie oft die dich gerade hochgenockt haben. Ach, die Scheiße. Bin sick. Ah, wir landen. Easy. Kann ich weiter nehmen? Kalkulatet. Gespielt. Der Titris-Bank. Hey lol, ich hab den gekickt. Hahaha. Ja. Da war meine Kugel wo schneller. Du kleiner Boy. Egal, da bin ich mit dem hier. Lol. Den. Nicht mit dem hier. Egal. Der Smite war worth benutzen. Geht direkt. Den Dragon haben wir auch bekommen. Gerade so. Alter, immer dieser Schrei. Der ist ja... Ja, der ist ja selbst Albträume. Der ist ja greislich. Greislich? Greislich. Greislich. Greislich ist der? Ja. Kennst du nicht? Wieland. Wieland ist auch greislich. Deine Mutter ist greislich. Ne. Könntest du deine Mutter? Ja. Ja. Mehr ist genug. So. Jetzt kaufe ich mir. Schon mal gesagt, die macht nichts mit Kindern. Boah. Okay. Das Niveau ist stinkt. Oh. Laura. All in! Ah. Ey, das äh... Wo war das All in, Laura? Hä? Ja, ich war gerade woanders beim Kurs. Ich wollte gerne umswitchen. Ja. Laura war wieder auf dubiosen Seiten. Nein, auf einer Stelle im Spiel mit meinem Kurs. Gib's zu. Gib's zu. Ich wollte gerade zur Toplane. Toplane? Können wir die Mitte pushen? Ja. Alter, der Redruff half-lifed mich einfach. Ich komm jetzt mal... Half-lifed? Ja. Zwei oder eins? Drei. Zwei. Oh, ulti doch! Ja komm, wir killen den jetzt. Geh mal drauf. Ja. Ähm, soll ich ulti? Nee, nicht du. Perfekt. Nicht? Oh, ja. Na jetzt natürlich, ne? Auch nicht. Easy. Ja, gut. Oh, ganz hart. Ich hätte eigentlich... Du würdest mal was sagen, dass er dich die ganze Zeit so am Film drückt. Ja... Versteck mich. Die seh'n dich nicht! Nein! Ich hab' dich doch unter Push-Stick. Wie kann das? Unlogisch. Hallo, die cheaten. Ja. Ich hatte Fock. Also ich hatte Fock. Keine Ahnung, die müssten doch auch gehabt haben. Aber egal. Ach ne, in der Basis kann man ja alles sehen. Das sind Hacker. Die haben Wardhacker und alles. Wie bei CSGO. Alle am hacken. Alle am hacken. Alle am hacken. Ich glaub' mich hackt's. Warum hängt hier der Stein der Weisen? Wo? Wo soll der Stein der Weisen sein? Wo soll der Stein der Weisen sein? Hier. Habe ich heute in den Lollfax genannt. Echt? In den Lollfax hast du das gelernt? Das ist doch nicht der Stein der Weisen. Doch, ne? Das ist der Stein der Weisen. Hier. Das ist der Stein der Weisen. Siehst du da auch, wie der aussieht? Lalalala. So, ich musste mal wieder alleine carry'n. Passt jetzt nix. Okay. Komm, wir töten ihn jetzt. In den Rage. Oh, nice. Der ist sowas von tot. Hey, ja, Leute. Der kann einfach noch rausdashen. Der kann einfach noch rausdashen. Der kann immer noch Mana-Probleme haben. Echt. Teilweise. Pass auf oben. Pass auf! Pass auf! Was denn? Komm einfach in unsere Richtung. Dann killen wir den. Laura! Nach oben! Nein komm, killen wir kurz den Trash. Nein. Ich bin voll. Ich bin ein Vogel. Ein Flugzeugvogel. Ein Flugzeugvogel? Wie geht denn ein Flugzeug? Oh, pass auf! Shut down! Nein, ich noch. Wuh! Nice. Ich habe eine Funktion. Die nennt sich Schäden. Jarvan wäre? Labert Quinn über Fiora? Und Jarvan. Und Garryl. Ja, ja. Okay. Warum? Weil die scheiße sind. Hey, 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 hey. Was ist denn, wenn hier einer unter den Zuschauern Fiora-Main ist? Tja, dann tut's mir recht herzlich leid, weil der Champion einfach mal Hates ist. Aber Timo spielen ist okay. Timo spielen ist okay, ja. Und vor allem Timo main, ne? Oh, Mann. Timo main ist okay. Timo main ist okay. Lenden? Oder nicht Lenden wohl, du hast ja gesagt. Wo lehnten die denn? Oh, Gott. Zack. Ich rette dich. Du kriegst mich nicht. Ich weiß nicht, warum ich da gerade... Keine Ulti. Zum Zonen. Ja, ich hatte vorhin kein Mana und jetzt wollte ich die auch noch mal nutzen. Ja, mach ich auch mal. Aua! Ja, aber es ist echt so, wenn du mal den zweiten, äh, hier zwei Turm hast, ist der, der, hier Individuum so schnell weg. Ja. Der macht ja auch keinen Damage, der Turm. Ich hab den Ranken die ganze Zeit aufgehalten. Der konnte nichts machen. Bist du krank, ey? Ja, es ist echt blitzkrank. When the Q lands, oh fuck. Kommst du hier? Hier noch rein, wir können easy töten. Und dieses Ward. Und dieses Ward. Wardblock. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm zu mir. Komm zu mir, meine Freunde. Nein, Chatao. Komm hoch, Yland. Nein. Ja doch, komm, komm du hier so lang. Warte, ich komm hier unten. Hier, 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 hier. Hier lang. Hier lang. Ja, 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 ja. Wow, war ich nicht gut. Oh shit. Das war, weil ich mein... Ah! Weil ich mein... Last Whisper noch nicht hatte. Nicht in die Richtung, da kommt doch du schon. Ah! Hilfe! Ooh, ich mach dir so schwarze Mann. immunity Hilfe! Ah! � я norak andде frustration Warum gehst du rein? Warum gehst du rein, Laura? Ja, um was jetzt das sicherzustellen werdet. Ja, ich Boofer mit dem schon. Ja,adows jetzt irgendwie sicherzustellen, dass wir da verfolgen. Mach du mal lieber auch, dass du da nicht. Ach du mal nicht. Na ich bin voll safe, guck mal. Mensch, Laura. Warum gehst du denn so, versteh ich nicht. Ich hab dich nochmal gerettet. Ja ja. Gucken. Ich hab nicht durch meine epische Schildaktion. ich habe mir gar kein der mensch gemacht und ich möchte das auch nicht mehr das ist gemein hast du doch deutsch oder wird naja ich habe ich habe schon immer auf deutsch gehabt das spiel auf englisch kunstbanause dieser wlan so ein kunstbanause sind die stimme so schön auf deutsch ja vor allem fünffach tötung hört sich richtig cool an oder auch das ass ass das ist echt gewonnen nice oder nice gibt es da nicht nett nett nice oder die koreanischen da schreien sie nur um die ganze also muss man sagen wo war nicht schlecht oder das war eine übrige kombo echt unglaublich ne wie viel schaden dieser weg sein hatte 3000 leben macht trotzdem der mensch hat dir der reddorf gerade so viel dämlich gemacht ja ich habe kein lifesteal ich komme jetzt gleich bitte ich habe jetzt gleich ein bisschen ekel dass dieser strahl vom inhibitor third gar keinen schaden macht ja der macht keine mensch das ist der dumme daran dieser longranger sal so broken wir sollen da oben weg ran oder ja oh nein lauf laura lauf ich will auch klar war aber ich habe keine das ich komme ich komme ich bin on the run laura verschützt sie mit eurem leben wo habe ich alles kalkulatet kalkulatet kommt schon tauch fliegt kleiner vogel kleiner vogel die kleiner vogel gib mir ein gib mir eine asch ist nice ich bin der assist boy ich mache nur assist das war gar nicht dort da ist der assi hey wer war das denn nee das ist der weg sei kacke oh ein jackdorf guck mal oh lecker ein schussabriegel passwort ich komme euch gleich zu helfen ich muss auch gut die wichtigen dinge erledigen können wir die töten ich glaube nicht oder doch na klar den killen wir jetzt will ich sehen stark erstmal den slow dann den coup und die landern und da kommt ein teleport ihr solltet rauswenden dieser chantau hat so eine metal awareness weiter als ob du mich da getroffen hast heute macht ein wenig der mensch sagt alter die wunderschönen das war auch eine schöne schockwelle einfach gegen niemanden das können nicht viele aber dieser lief hin ich hab's richtig gesagt ich weiß noch nicht die jungle route aber jungle vielleicht hättste kogat nehmen sollen kogat ne ich hätt lieber in die da oder ne trindamer alter der wieler haaa wenn die queue land komm da ruhig rein bedrohung outplayed wunderschön ey da der insect hat das alles von dir echt heißt insect nicht auch rückwärts gelesen rumatra glaub schon hamaxim mal gesagt rumatra ist in korea irgend so ein kampf schreien scheiden sie immer alle wenn sie in die Schlacht gehen wunumatrraaaa Der weiß halt einfach, was abgeht. Alter, der Damage, hast du das gesehen? Oh! So, soll ich doch mal kurz so den 5-Mann-Kick machen? Keine Sau, die 5-Mann-Kick. Bitte, 6-Mann-Kick. 6-Mann-Kick. Okay, ich nehme einen von euch und kick ihn in den 5-Mann-Kick. Easy. Oh, shit. Soll ich wegrennen? Ja. Geh rein! Soll ich. Mach den 5-Mann-Kick. Wenn the Q lands, dann geht's bei. Ferry-Cut-Multi. Wie? Das war nur einer. Ja, aber der ist halt gestorben. Das finde ich ja nichts. Wenn mein Kick so viel Schaden macht, dass der stirbt, bevor er andere Leute fliegen kann. Ah, ich werd geblockt! Wo ist das, Niki? Puh. Ah. Hm. Oh. Ey, der hat grad rüber geflasht hier. Geh Mann, haltet ihn doch vom Flaschen ab. Ihr Loom. Hey. Immer ist das Team schuld. Geh schon, hau. Was für ein Hartversuch. Ohne Witz. Immer ist das Team schuld. Ah. 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 Der hat mich einfach gefischtet mit seinem Torpedo. Was zum Teufel. Los, Little Mom. Kleiner Junge, renn. Ja, ich renne. Nein, renn nicht. Wir gehen jetzt rein in den Kill. Nein. Nein. Oh, ne. Die Wieland Bates. Bitte nicht. Bitte nicht. Die Wieland. Das sind Wieland Bates. Hab doch eine Seele. Bitte. Oh. Da war es auch wieder zu kurz. Ja. Kennt er niemand. Aber wenn das nicht, ich predigte jetzt. Guck, der läuft jetzt. Ah ja, ich seh's ja. Das ist ja langweilig, wenn ich seh. Predicte mal. Du siehst gar nichts, wenn ich sie sinnen. Oh. Der war, äh, ja. Ein klassischer Chantau. Ja, den hab ich in diesem Spiel noch nicht einmal gemacht. Also, großer Applaus. Danke. Nicht so viel, nicht so viel. Wollen wir uns übertreiben. Ja. Deswegen haben wir langsam geclasht. Oh, die haben gerade Blue-Buff bekommen. Teilen wir mal wie so'n Pro. Der Blue-Buff? Mhm. Vielleicht war der Blue-Buff im Jungle. Der Peter. Immer wieder angenehm, mit euch zu spielen. Oh, guck mal, den find ich jetzt. Guck mal, hier. Hier, 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 hier. Na, geh auf den schwarzen Mann. Geh auf den schwarzen Mann hier unten. Oh, das war predicted. Das war alles zusammen. Oh, sag. Den hol ich mehr. Der kommt nicht weg. Oh, nein. Nicht klopfen. Der ist immer noch hier. Ah. Geh weg. Geh weg. Da unten ist ein Duschen noch irgendwo. Oh, warum? Warum sagst du mir das denn nicht? Der Abtopp. Der Abtopp, der hat einen halben Sekunden voll im Schlaf. Dieser Chantau, der arbeitet gegen sein eigenes Team. Oh, das hat er gegen Steff gemacht, der ist frisch. Alter, die hauen dich aber auch über die Kanten. Komm her jetzt. Oh, mein Gott. Der hat dich nochmal weggehauen. Egal. Wie du ihn not flayed hast. Echt schön. Das war das wert. Der hat dich zweimal mit er einfach weggeflayed. Holy shit. Noch mehr Adi. Ganz schön krass. Ich glaube, der hat einfach nur seine Tasten gerückt. Das war die, glaubst du echt? Ich glaube auch. Ich bin mir nicht sicher. Da steht 1. Nein, das ist das Lack. 1, 13, 12. Neutrale Karriere. Das kann man nur noch bauen auf, ähm, die Song. Ich habe gehört, äh... Items. Rabadon soll nicht schlecht sein. Ah, war... Oh, verdammt. Egal, ich muss nur ein bisschen sparen. Haben die Baron schon gemacht? Machen die Baron gerade? Die machen gerade den Baron. Na, aber nicht mit mir, ne? Ach, sie hat schon den Drachen? Oh. Ja, Ranneck hat er gemacht. Ich komme jetzt zum Baron. Ich mache den jetzt einfach eiskalt alleine. Der ist schon weg. Da sind die alle. Okay, ich will jetzt die 5-Mann-Chuckways sehen. Ne, der ist noch nicht weg. Ihr ist recht. Macht's meid Flächenschaden? Ähm, nur dein Niedernis. Nein. Dann lohnt sich mein Okkult. Ist ja gleich viel mehr. Bats! Einfach nur gesprengt. In welchen Teile? Drei. 1000. 2000? So wie sich das gehört. 2015. Haha! Der ist halt aber schon ziemlich tief. Chantal! Okay. Das ist aber nicht Hedwig-Style. Chantal, ich bin enttäuscht. Komm, Mama! Ohne den letzten Atemzug kann ich nichts gegen die machen. Ja, aber ich dachte, das war dein letzter Atemzug. Lassst du mich atmen hören? Ne. Lassst du mich jetzt atmen, dann warst du nicht mein letzter. Okay. Oh, jetzt, jetzt passen wir auf mich den, ne? Warte, 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 warte. Laura! Laura! Zieh dich rüber! Oh, shit. Easy. Lemon squeezy. Hier, komm zu uns. Zu uns, Laura. Hier. Jacks, wir haben! Hier halte ich halt immer an so einem Haar, oder? Bin ich die einfach alle tappig? Oh! Wir retten Laura. Also, wir Carriedons eigentlich sind so hart. Alter, ich bin so ein Boss. Drei Mann Schocker hier. Das war mal, mate. Little Man und ich Kombination des Todes. Hä, wo ist denn der andere? Explodiert. Bei der Maze sind, glaube ich, noch alle in der Base jetzt tot. Ey, ich hab gedacht, einer von denen hat überlebt, der ist Drash. Ich hab nicht am Rufi. Dann hat der Little Man mit seiner, mit seiner Laterne verklopft. Ich hab den gerade zugegangen, Dean. Guck hier, die 10 Okkulten Stacks. Schön, dass sie das Item gelegt haben. Oh, die haben surrendered. Oh, lol. Da muss wohl an Rumator liegen. Ich bin mir nicht sicher. Gut, Leute, schreibt das in die Kommentare, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein! Bis dann, haut rein! Bis io, bis dahin!